So, nachdem Phraps hier erst mal gestürzt ist und nichts mehr aufgenommen hat, darf ich den Weg jetzt nochmal laufen. Yeah! Ist echt toll, der Weg. Deswegen mache ich den so unglaublich gern. Ist auch nicht so, als ob du noch irgendwas nennst, wäre es käme. So zwei, drei Sprunganlagen, ja, aber sonst... Ganz einfach. Für mich, total langweilig im Prinzip. Ah, klasse. Nur noch ein paar Blumen, in die ich springen kann und Gegner und hast du nicht gesehen? Wow! Wow! Das war jetzt mutig, aber egal. Eieie, was war da? Da kamen jetzt diese komischen Pflanzen und da hinten kam dann irgendwo der... Ausgang. Ja, richtig. Ich erinnere mich noch so grob. Als wenn es erst vor 10 Minuten war. Oh. Den Pils wollte ich. Ah! Geh weg. Geh weg. Ist wieder rein. Ah, ja. Und jetzt kommt das Schloss. Ah! So, nun kommt das Schloss. Das habe ich mir noch kurz angeschaut. Bevor ich dann aufgehört habe. Und man sieht schon, die Gegner werden größer. Ein bisschen. Da sind wir ein paar Münzen. Und die Blume. War da keine Blume drin? War nur ein Pilz drin? Schlechtes Gedächtnis. So, war da oben. Stern! Und... Oh, oh, komm, 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 Stern! Ja, da müssen wir halt deswegen drauf rumspringen. Dann wird sie böse und macht sowas. Und egal, wir haben... Die kommt, bevor der Stern wieder aufhört. Ah, klasse. Ja, also... Ziemlich einfach im Prinzip. Immer wegen Reaktionsvermögen hat. Was ich nicht habe. Und über den Pilz. Ah, klasse. Das können jetzt ein paar Versuche lang dauern. Oh, komm, halt! Oh, ist das so schnelles hier. Das wird immer schneller, oder? Am Anfang war das so viel einfacher. Und... Wie, das war es schon? Mit dem ersten Versuch, oder was? Okay. Äh, ja, dann machen wir weiter mit Welt 4. Äh, 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 äh. Sauer. Egal, dann speichern wir erst mal. Und warum habe ich überhaupt so viele Safes angelegt? Hm, ich glaub, die sind nicht angelegt wegen Abstütze von Freps oder so, oder? Keine Ahnung. Egal, wir machen Sauer 2.1. Sauer macht lustig. Und sind wieder in der Wüste. Passt grafisch total zur Hauptmap. Und was ist da oben? Blume, komm, Blume. Oh, ein Pilz. Hab ich schon. Ich will ne Blume. Noch eine Blume. Und... Oh, toll. Jetzt kommen die Blumen nur noch. Ah. Stück weit aus hier. Röder raus. Hui. Warum mach ich sowas immer wieder? So, was ist da drin? Nichts und ne Blume. Ne Blume, die brauch ich. Ach, geh weg. Ach, den Pilz will ich net, ne. Tschüss. Och. Hey, und jetzt muss ich... Wohin muss ich jetzt? Hallo? Hallo? Wo muss ich jetzt hin? Hä? Äh. Hä? Dann auf, oder was? Ach, geh dann auf. Und... Nein. Hä? Äh. Ne, von da kam ich ja her. Und... Wo muss ich jetzt hin? Hallo? Okay, was ist das? Äh. Äh. Okay. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Äh. War das jetzt ein Bug, oder was? Äh. Ich versuch's nochmal. Und ich will meinen Pilz haben. Äh. Ich hab's kommen sehen. Ich hab's kommen sehen. Egal, da gibt's ja gleich noch einen. Den ich jetzt auch gleich wieder verliere. Nein. Brauch ich doch. Komm weg. Geht weg. Ich will da durch. Ich will da nüber. Da vielleicht? Nein. Dann, wo muss ich denn da hin? Hä? Hä? Und ich muss da reinfallen. Ja, genau. Das muss ich machen. Äh. Versteh's denn so ganz, wo ich da hin muss? Oh, und es leckt schon wieder. Das gibt's doch nicht. Das gibt's doch nicht. Was ist denn das? Egal. Pilz. Oh, na. Oh. Also noch ein Versuch. Was ist denn das hier jetzt? Läuft's nächstes Mal. Aufhören. Äh. Äh. Mensch, Mensch, Mensch. Warum mach ich sowas? Oh, komm. Ja. Es nervt. Ein Dolch. Oh. Das war knapp. Knapp. Ah. Ich hasse irgendwo raufzuspringen. Ohlalala. Komm. Komm. Und dann über. Und dann war da die Blume. Blume. Wie. So. Dann. Dann über. Ah. Ah, okay. Jetzt ist irgendwas da. Scheinbar ein Bug. Egal. Und da geht's wieder mal nicht rein. Hätte mich überrascht, wenn's anders gewesen wäre. Was ist da noch? Noch eine Münze. Oh. Das war knapp. Das war verdammt knapp. Du willst das machen. Du hast mich nicht bekommen. Haha. Ich bin besser als du. Oh ja. Jetzt fall ich da. Münzen, kann ich da laufen? Ich hoffe es einfach mal, ja. Gut, die Gegner können da auch laufen, also... Oh! Jetzt kommen wir zu wieder die gemeinen Passagen. Ich bin so blöd, so ein Blocken aufzuspringen. Oh nein, seit ich hab da meine Blume gegen eingetauscht. Ah, klasse, so ein Sprung schon wieder. Ah, ich sehe die Tür! Ah, dann blege ich jetzt nicht, nein. Ich will da raus, ich will da raus. Speichern. Speichern.